Halle oder Büro? Halle. Warum? Weil wenn eine Halle die meisten Leute, die meisten Menschen suchen, die gerne einen Job machen wollen, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist sind die Berufe der Zukunft. Logistik wird es immer geben und die meisten Bewerber sind zehn Jahre lang zur Schule gegangen mit wenig guter Karriere und sagen sich auch dann so eben noch weiter in der Schule sitzen oder am Tisch sitzen. Raus in eine Halle, da arbeiten, mit wühlen, mitarbeiten, was auf die Reihe kriegen, im Team zusammenarbeiten und am Ende des Tages zu sehen, was ich alles geschafft habe. Da brauchen wir junge Leute für. In der Halle ist Action pur. Das macht Spaß da zu arbeiten und in Aktion zu sein. Wie würden Sie mich in zehn Sekunden von der BLG überzeugen? Mit einem kontinuierlich zu zahlenden Gehalt, mit vielen Urlaubstagen, mit Weihnachtsgeld, mit einer Übernahmegarantie und einem tollen Beruf und einem tollen Team. Tipptopp. Welcher Ausbildungsberuf ist denn der beliebteste? Die meisten Leute bewerben sich auf den Studenten, auf den BA-Studenten Richtung Logistik und Spedition. Da gibt es viele Bewerbungen und danach kurz schon dahinter platziert Industriekaufmann, Frau. Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist können wir jedes Jahr 20 Leute einstellen, kriegen aber nicht so viele gute Bewerbungen. Kommt noch alle her, wir kriegen einen Platz für euch. Skala eins bis zehn, wie gut ist der Kaffee hier in der Teerküche? Neun. Das ist eine Ansage.